Meine lieben Schülerinnen und meine lieben Schüler, herzlich willkommen in unserem virtuellen Klassenraum für Deutsch. Mein Name ist Daniela Sadrowitz und ich lade euch herzlich ein, mit mir unser heutiges Thema zu erkunden. Und zwar ist unser heutiges Thema vegan leben. Und was sind unsere Ziele heute? Unsere Lernziele sind, über den veganen Lebensstil zu sprechen. Einen Lesetext und einem Video Informationen zum Thema entnehmen. Über die Gründe des Veganismus zu sprechen und einen Aufsatz zum Thema zu schreiben. Um mitmachen zu können, braucht ihr wie immer ein Heft oder ein paar leere Blätter, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber zum Schreiben und das Internet. Bei der Arbeit können euch auch folgende Symbole helfen. Lesen, Schreiben, Sprechen und Sehen. Ihr könnt dieses Video auch in jedem Moment pausieren, sodass ihr, wenn ihr etwas nicht gut gehört habt oder etwas wiederholen wollt, das Ganze noch einmal sehen könnt. Zuerst müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was ist vegan? Was gehört zu einem veganen Lebensstil? Hier auf dieser Folie könnt ihr sehen, dass ich für euch ein paar Bilder vorbereitet habe. Seht euch bitte diese Bilder an und ordnet sie zu. Was ist vegan und was ist nicht vegan bzw. was gehört zu einem veganen Lebensstil und was gehört nicht dazu? Ihr könnt die Übung auch unter dem Link bit.ly-veganer01 machen oder scannt dazu einfach den QR-Code. Jetzt bin ich aber gespannt. Konntet ihr alles richtig zuordnen? Was von diesen Sachen ist vegan und gehört zu einem veganen Lebensstil? Eier gehören nicht dazu. Sie stammen von Tieren ab. Genauso wie der Käse auf Bild Nummer 2. Und was ist mit Reiten? Dürfen Veganer reiten? Nein, denn Veganer meiden jede Nutzung von Tieren in allen Lebensbereichen. Also auch Reiten und das Halten von Haustieren gehört dazu. Auf dem nächsten Bild sehen wir Gemüse. Gemüse ist natürlich vegan. Dann Honig. Honig produzieren Bienen, also nicht vegan. Und was ist mit Gummibärchen? Viele herkömmlichen Gummibärchen haben Gelatine in sich. Also den Inhaltsstoff Gelatine. Und er stammt wieder von Tieren ab. Und daher ist das nicht vegan. Obst ist natürlich vegan. Und erkennt ihr, was da auf Bild Nummer 8 ist? Das sind Sojabohnen. Und die sind natürlich vegan. Auf Bild Nummer 9 seht ihr vegane Kosmetik. Und Veganer nutzen nur Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel, die keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten. Und die nicht in Tierversuchen getestet wurden. Und was ist mit dem Wolf auf dem letzten Bild? Auch das gehört nicht zu einem veganen Lebensstil. Denn sie sind gegen das Halten von Tieren in Zoos. So, jetzt habt ihr schon etwas über Veganer und einen veganen Lebensstil erfahren und auch euer Wissen darüber aufgefrischt. Lesen wir jetzt noch einen Text. Und zwar trägt der Text den Titel Vegan Leben. Beantwortet beim Lesen bitte folgende Fragen. Was bedeutet eigentlich vegan? Was essen Veganer? Wo liegt der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch? Hat der Veganismus Nachteile? Und was wird am Veganismus kritisiert? Ihr findet den Text unter dem Link bit.ly//veganer02 oder scannt dazu bitte einfach den QR-Code. Pausiert jetzt bitte das Video und lest den Text. Jetzt habt ihr noch etwas mehr über Veganer und über einen veganen Lebensstil erfahren. Und vergleichen wir unsere Antworten. Was bedeutet vegan Leben? Ein Veganer konsumiert keine tierischen Produkte. Also keine Eier, keinen Honig, keine Milch, keinen Käse. Und sie nutzen im Allgemeinen keine tierischen Produkte in allen Lebensbereichen. Das bedeutet auch, dass sie keine Zoos oder Zirkusse besuchen und auch keine Pferde reiten. Denn sie meiden die Nutzung von Tieren in allen Lebensbereichen. Was essen Veganer? Sie essen pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Getreide, Nüsse und Samen. Und es gibt viele leckere Alternativprodukte für tierische Produkte, aber auch vegane Süßigkeiten oder Getränke. Die nächste Frage, die ich euch gestellt habe, lautet, wo liegt der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch? Vegan leben bedeutet also, leben ohne Tiere auszunutzen und ohne tierische Produkte zu essen. Und bei den Vegetariern ist es so, dass sie kein Fleisch oder kein Fischfleisch essen und einige meiden auch Gelatine. So haben wir es im Text gelesen. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den Vegetariern. Hat der Veganismus Nachteile? Wir konnten lesen, dass es besonders für Anfänger schwierig ist, die richtige Auswahl an Lebensmitteln zu treffen. Und als Nachteil wurde auch noch erwähnt, dass manche Menschen damit kämpfen müssen, weil andere ihnen gegenüber Vorurteile haben. Was wird am Veganismus kritisiert? Kritisiert wird, dass eine reine pflanzliche Ernährung zu Mangelerscheinungen führen kann. Aber eigentlich ist es nur wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt. Denn wenn man sich als Veganer ausgewogen ernährt, muss man nur B12 ergänzen. Dann wird kritisiert, dass Veganer den Regenwald zerstören, weil für Soja der Regenwald gefällt werden muss. Was eigentlich nicht stimmt, denn die meisten Sojaprodukte für Veganer werden regional produziert. Und der Regenwald wird dafür gefällt, dass man neue Anbauflächen für Futter anlegen muss. Auf dieser Folie habe ich noch einen Lückentext für euch vorbereitet, mit dem ihr kontrollieren könnt, ob ihr auch alles richtig verstanden habt. Ihr könnt den Lückentext hier auf der Folie lösen, lest den Text und ergänzt die Lücken oder ihr macht es unter dem Link bit.ly//veganer03. Pausiert dazu bitte das Video. Kontrollieren wir dann eure Lösungen. Veganer meiden die Nutzung von Tieren und tierischen Produkten in allen Lebensbereichen. Sie essen keine tierischen Produkte wie Fleisch, Milch, Honig oder Eier. Sie tragen auch keine Kleidung oder Schuhe, die aus tierischen Materialien wie Leder oder Wolle sind. Sie verwenden nur Kosmetikprodukte, die keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten und sie gehen nicht in Zoos und besuchen keine Zirkusse mit Tieren. Außerdem reiten sie in ihrer Freizeit nicht auf Pferden. Leider war jahrelang nicht geregelt, welche Lebensmittel und Produkte das Vegan-Label tragen dürfen. Aber seit März 2021 dürfen das Vegan-Label nur Produkte tragen, die nicht tierischer Herkunft sind. Sehen wir uns jetzt noch ein Video zum Thema an. Im Video lernt ihr ein Mädchen kennen. Es heißt Anna und ist Veganerin. Seht euch das Video zum Thema an und beantwortet die Fragen. Was bedeutet für Anna Vegan-Lieben? Wann ist sie Vegetarierin geworden? Und warum ist sie Veganerin geworden? Wie haben ihre Eltern reagiert? Warum musste sie eine Blutuntersuchung machen? Und was vermisst sie bei diesem Ernährungsstil? Ihr könnt das Video unter dem Link bit.ly-veganer04 finden oder scannt den QR-Code. Macht jetzt bitte eine Pause. Seht euch das Video an und beantwortet die Fragen. Jetzt habt ihr Anna kennengelernt und ihre Beweggründe, warum sie vegan lebt. Beantworten wir die Fragen, die ich euch gestellt habe, jetzt noch einmal zusammen. Was bedeutet für Anna Vegan-Lieben? Für Anna bedeutet ein veganes Leben ein Leben ohne Leid, weil sie nicht möchte, dass Tiere für sie leiden und sterben müssen. Wann ist sie Vegetarierin geworden? Das war vor ungefähr einem Jahr. Da hat sie einen Burger zu Abend gegessen und angefangen darüber nachzudenken, was sie eigentlich isst. Und vor einem halben Jahr hat sie angefangen, sich mit Nachhaltigkeit und Minimalismus zu beschäftigen, wo auch Veganismus ein großes Thema war. Warum ist sie Veganerin geworden? Sie möchte sich für das Tierwohl einsetzen, aber auch der Umweltschutz ist ihr sehr wichtig. Besonders wegen dem Methan, das die Tiere ausstoßen. Wie haben ihre Eltern reagiert, als sie gehört haben, dass sie Veganerin werden möchte? Da waren sie am Anfang nicht begeistert, aber sie unterstützen sie auf jeden Fall dabei. Warum musste sie eine Blutuntersuchung machen? Ihre Mutter hat insistiert, dass sie eine Blutuntersuchung macht und ihre Blutwerte kontrolliert, damit sie sieht, ob sie alle Nährstoffe bekommt und auch keine Mangelerscheinungen hat. Und was vermisst sie bei diesem Ernährungsstil? Im Video sagt sie, dass sie manchmal Joghurt und Schokokuchen vermisst oder auch wenn sie bei Freunden isst und es dann leckere Sachen zum Essen gibt, vermisst sie manchmal, dass sie nicht alles isst. Könnt ihr auf die Frage antworten, was essen Veganer? Hier in diesem Wortkitter sind zwölf verschiedene Lebensmittel versteckt, die Veganer essen. Könnt ihr sie finden? Macht bitte eine Pause und sucht die Lebensmittel. Ihr könnt die Übung auch unter dem Link bit.ly//veganer05 machen oder scannt wieder den QR-Code. Habt ihr alle Lebensmittel gefunden? Kontrollieren wir zusammen. Und falls ihr etwas nicht gewusst habt, dann helfe ich euch jetzt. Quinoja Nüsse Hafer Reis Samen Linsen Mandeln Vollkorn Gemüse Obst Soja und Seitan Das sind also die Lebensmittel, die ich hier in diesem Wortkitter für euch versteckt habe. Menschen haben verschiedene Beweggründe, warum sie sich dazu entschließen, Veganer zu werden und vegan zu leben. Meist tun sie dies aus ethischen Gründen, weil sie nicht wollen, dass Tiere für sie gequält und getötet werden. Aber auch der Umweltschutz und die eigene Gesundheit sind oftmals Gründe für eine vegane Lebensweise. Hier auf dieser Folie könnt ihr über die Beweggründe für den Veganismus etwas lesen, macht bitte eine Pause und lest die Texte, die ich für euch vorbereitet habe. Wenn ihr die Texte auf der vorherigen Folie genau gelesen habt, dann könnt ihr jetzt ohne Probleme die Übung, die ich jetzt auf dieser Folie für euch vorbereitet habe, lösen. Auf der linken Seite befinden sich Satzanfänge und ihr müsst den entsprechenden Satzteil, der fehlt, auf der rechten Seite finden. Pausiert bitte das Video und versucht, Sätze zu bilden. Warum wird man also zum Veganer? Was sagen die Leute? Kontrollieren wir, ob ihr alles richtig verbunden habt. Ich finde, dass auch Tiere ein Recht auf ein Leben ohne Leiden haben. Ich bin Veganer, denn ich möchte mich gegen eine Massentierhaltung einsetzen. Seitdem ich auf tierische Produkte verzichte, fühle ich mich gesunder und fitter. Wenn wir auf Fleisch verzichten würden, könnten wir die Treibhausgase verringern. Nachdem ich Veganer geworden bin, bin ich auch sportlich viel aktiver. Ich bin der Meinung, dass ich durch eine vegane Ernährung bestimmten Krankheiten vorbeugen kann. Und ich habe mich entschieden, vegan zu leben, um zum Umweltschutz beizutragen. Das sind also alles verschiedene Beweggründe, warum man sich dazu entscheidet, Veganer zu werden. Und hier noch ein Kreuzworträtsel für euch. Kontrolliert, ob ihr den Wortschatz von heute auch gelernt habt. Pausiert bitte das Video und löst das Kreuzworträtsel. Ihr könnt es wieder online machen und zwar unter dem Link bit.ly veganer06 oder scannt den QR-Code. Habt ihr alle Vokabeln problemlos gewusst? Kontrollieren wir wieder eure Lösungen. Veganer meiden die Nutzung von Tieren und tierischen Produkten in allen Lebensbereichen. Kartoffeln, Obst und Gemüse sind vegane Lebensmittel. Leider haben viele Menschen Vorurteile gegenüber Veganern und können nicht verstehen, warum sich manche Menschen so ernähren. Veganer müssen darauf achten, dass sie sich ausgewogen ernähren und dass sie den Körper mit allen Nährstoffen versorgen. Sonst kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Veganer müssen zusätzlich das Vitamin B12 einnehmen, denn diesen Nährstoff können sie aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht bekommen. Viele entscheiden sich für einen veganen Lebensstil, weil sie nicht möchten, dass Tiere leiden. Und manchmal werden Menschen auch aus gesundheitlichen Gründen Veganer. Am Ende der Lektion wartet wie immer auf euch eine produktive Aufgabe. Heute sollt ihr einen Aufsatz zum Thema schreiben. Und zwar lautet eure Aufgabe so. Schreibe einen Aufsatz zum Thema Veganleben. Beantworte in deinem Aufsatz folgende Fragen. Was versteckt sich hinter dem Begriff Veganismus? Was sind die Vor- und Nachteile einer veganen Ernährung? Und wie ist deine Einstellung gegenüber einem veganen Lebensstil? Begründe deine Meinung. Dein Aufsatz sollte mindestens 200 Wörter haben. Wenn ihr euren Aufsatz geschrieben habt, dann gebt ihn euren Lehrern, damit sie ihn kontrollieren und ausbessern. Ich bin mir sicher, sie freuen sich darüber. Wenn ihr heute fleißig bei allen Übungen und Aufgaben mitgemacht habt, dann habt ihr ganz sicher die Lernziele auch erreicht. Und die Lernziele, die ihr heute erreichen solltet, sind folgende. Ich kann sagen, was Veganer und Veganerinnen essen und ich kann über den veganen Lebensstil sprechen. Ich kann über Gründe sprechen, warum sich Menschen für einen veganen Lebensstil entscheiden. Und ich kann einen Aufsatz zum Thema schreiben. Nehmt euch wie immer kurz Zeit und denkt darüber nach, ob ihr alle Lernziele erreicht habt. Das war es dann für heute. Ich hoffe, ihr habt sehr viel mit mir heute gelernt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020